Komm zu mir für ein Upgrade. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Komm zu mir! 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 Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber... Was? Ich gehe rein! Komm zu mir! Komm zu mir! Ich gehe jetzt! 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 vielleicht habe ich nicht erwähnt habt ihr ein experimentelles gerät ge 64 gegeben eine bavarium basierter haftbombe dann fangen wir mal mit der brücke an bin jetzt unterwegs zum aussichtspunkt die ravellus truppen nähern sich schnell bitte bei der konvoi kann kommen die ravellus armee wird sich fragen was passiert ist geschafft du solltest jetzt eine coole bemerkung machen oder warte mehrere helikopter nähern sich in der nähe sind zwei boden luftraketen batterien markiere position empfehle umprogrammierung greife jetzt auf kommandofeld von rakete zu batterie ist unter kontrolle jetzt auf die andere seite beeil dich das war's so macht man sich freuen das war's so macht man sich freuen die Gute Arbeit, Dima. Danke, dass du mein Test zu sehen warst. Wir reden später. Bitte kommen, Rico. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Granmatre? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen. Over. Äh, over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben wir hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Wir? Over. Mach dir keine... Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Granmatre. Dann bist du geworden. Sagst du, Mario, bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Granmatre. Granmatre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie machte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich hab auf dich gewartet. Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich hab mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön. Ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? Nein, so ist das nicht. Ich... Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht. Wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Granmatre! Wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute. Bitte! Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Okay, ich hab einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Nein, übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Viselektra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in drei, vier Monaten. Ich verwandle sie in eine quallende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Und das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus dem Magen. Untertitelung des ZDF, 2020